Der 30. Spieltag in Liga 3 steht vor der Tür und Aufstiegsanwärter Preußenmünster erwartet den Zweitliga-Absteiger Alemannia Aachen. Für die Partie am Samstag ist Trainer Dotschev gezwungen, Veränderungen in der Startelf vorzunehmen. Ein Leistungsträger, Fabian Hergesell, fällt aufgrund einer Gelbsperre sicher aus und auch für den erkrankten Spielmacher Amaury Bischoff fällt die Prognose eher negativ aus. Fabian Hergesell würde durch Philipp Heise ersetzt und Amaury Bischoff ist die Option noch offen. Also da habe ich ein, zwei Überlegen noch. Entscheidung ist noch nicht gefallen. Ich muss mir alles überlegen, ich muss alles abwägen. Die Kandidaten, die für die Position von Bischoff zur Verfügung stehen, sind entweder Adi Vakumenga oder Dimitri Nazarov. Wobei Nazarov sicherlich die deutlich offensivere Variante wäre und da muss der Trainer erst noch abwägen. Wir dürfen jetzt nicht diese Fehler machen und denken, wir müssen jetzt nur nach vorne spielen und die Mannschaft von Alemannia Aachen einfach einladen, uns auszukontern. Die Mannschaft von Alemannia Aachen ist eine junge Mannschaft. Die werden sehr kompakt stehen und die werden auch uns auskontern. Deswegen müssen wir aufpassen. Es sind auch viele gute Spieler dabei, junge Spieler, die unbekümmert sind. Letztendlich haben sie nichts zu verlieren hier. Mit der Alemannia aus Aachen kommt der Tabellen-18. nach Münster. Der Zweitliga-Absteiger ist krisengebeutelt und das in mehrfacher Hinsicht. In erster Linie natürlich hängt die sportliche Talfahrt mit dem Insolvenzverfahren bei der Alemannia zusammen. Viele Leistungsträger haben den Verein bereits im Winter verlassen. Diese Woche gab es ein, zwei Punkte Abzug vom DFB. Doch Vorsicht ist geboten, denn das junge Team von Trainer René von Eck hat in den letzten Wochen gezeigt, dass man bis zum letzten Spiel kämpfen wird. Dieses Schicksal schweißt die Mannschaft von Alemannia enger zusammen und durch dieses Schicksal entwickeln wir ein Gefühl. Dann werden auch Kräfte freigesetzt und das macht sich gefährlich. Die wollen bestimmt kompakt stehen und gegen unser Sauerbarbesitz im Offensivspiel gut verteidigen. Ich weiß nicht, ich kenne die Mannschaft gar nichts. Die sind jung, die sind bestimmt auch hoch motiviert gegen Münster etwas zu zeigen. Es interessiert uns nicht so viel, wie die spielen. Wir müssen unseren Job machen und letztendlich ist es egal, wie die spielen. Die Preußen also ganz konzentriert vor der Partie gegen Aachen. Das Einzige, was Trainer Dotschef aktuell richtig nervt, ist das Wetter und die damit verbundenen schlechten Trainingsbedingungen in den letzten Wochen. Doch die Fans müssen trotzdem keine Angst haben, dass es den beliebten Coach demnächst zu Klubs in Südeuropa zieht. Müssen sich die Fans Sorgen machen, dass wenn ein Anruf aus Spanien kommt von einem spanischen Klub, das Pavel Dotschef sagt, so wie die Plätze hier immer aussehen, gehe ich lieber nach Spanien? Also ich liebe die Sonne, aber ich glaube, das tut jeder. Also ich bin nicht der Einzige. Also ich mag eigentlich Sommer als Winter, aber dieser Winter ist langsam schon nervig, muss ich sagen. Und vor allen Dingen ist das nervig, nicht wegen Urlaub oder sowas. Einfach die Platzverhältnisse sind einfach unmöglich. Also ich trainiere schon seit Wochen, seit Monaten lang das, was ich kann, nicht was ich will. Und auch diese Woche war eine komplette Woche auf Kunstrasen.